Jetzt gehts weiter. Wir müssen Hotegrana überlegen, das ist so mein Ziel für heute. Leonia of the Lakes. Wo soll ich hier weiter laufen? Da ist eine Kirche. Da ist eine Kirche von Mareka. Da ist Save the Grace wieder drin. Will ich da runterfallen? Ich will da runterfallen. Church of the Earth. Wie bist du denn? Das ist ein secretier. Wie bist du denn? Du bist tarnischt, nicht wahr? Dann, vielleicht könntest du ein paar Runen. Ich kann eine Spende. Für eine kleine Donation, ich wäre glücklich, dass ich meine Wissen vergeben würde. Nein, gerne, okay. Zehn Runen nur. Ich kann nichts, ey. Topt, hallo. Ja, alles Intelligenz. Kann ich nicht gebrauchen, aber ich will mal mit ihm reden. Vielleicht die Akademie von Rea Lucaria, wo wir Glintstone-Sorcerien studieren. Nur seine Türen haben jetzt noch ein paar Zeit geöffnet. Wie ihr galtete, die Seelen sind noch aktiv. Sie machen die Akademie in der Akademie nicht möglich. Und deswegen bin ich hier. Hm. Ein Flüchtling-Sorcerer. Mit wenig Chancen, um einen Key zu bekommen. Und jetzt bin ich aus meinem Platz zu lernen. Ähm. Kurz. Ich habe, wenn ich seinen Namen gehört habe, habe ich ihn wiedererkannt. Ich habe die Geschichte von ihm gehört. Ich will ihn nicht reinlassen. Hat einen Grund. Und zwar, er ist ja eigentlich ein echt netter Kerl. Wenn wir ihm den Key überlassen, dann geht er natürlich wieder rein. Den lässt du dann da rein. Und dann findest du, wenn du drin bist, findest du ihn tot. Die haben den einfach umgebracht. Deswegen lasse ich ihn nicht in die Akademie, damit er überlebt. Was ist denn da unten? Mal kurz sich die Grace anmachen. Da vorne ist ein Händler, die von dem irgendwas haben, ist die Frage. Ich gehe jetzt mal kurz zu ihm hin. Hat er irgendwas? Oh, Laterne. Ich habe eine Laterne bekommen. Let's go. Die Laterne ist wichtig, tatsächlich. Hier ist so ein Marschland. Hier sind so Laternen. So, ich denke, das ist der Weg, den ich folgen soll. Hallo. Was seid ihr? Feuerball. Ich habe... Ich... 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 Der hält den Feuerball aus. Der Brie hält den Feuerball aus. Rhetorisch. Herr Leiter. Herr Leiter. Der Typ springt mich einfach an wie so ein... Alter. Ist denn... Es sind irgendwelche Dinge... Hau ab. Ok. Ich... Die Dinger sind... Gucken wir die mal an. Wie sehen die denn aus, ey? Ist ja ekelerregend. Die sind hier nicht voll hier, ne? Ja, mach da. Hey. Ah, ich hab bloß die Map gefunden, ok. Okay, was ist so... Mr. Krabs? Sind sie das? Das ist nicht... Es ist... Mr. Krabs, nein! Ich bin hier schon, Mr. Tadeus! Tun Sie jetzt, was wir spüren, Mr. Krabs! Village of the Alvinarex Obdachloser Ein toter Obdachloser Wie sollst du sagen, mein Junge? Das Village ist dafür Bitte, selbst wenn es nur die alten Alvinare ist, schau dir gut und schau dir das Wasser Da liegen ein paar Leichen im Bund Okay Das ist gut, ich will die nicht umbringen Warte dann, du bist nicht einer von ihnen Was ist mit deinem Gesicht passiert? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh! Oh! Ein Alvinarex Albus, okay, das ist ja von dem Mund Rederbar Die ganze Village ist veröffentlicht Ich bitte dir, würdest du nach dieser Medaille ansehen? Halligtree, genau Und zwar Ja Da vorne ist der Schlüssel nach Ähm Alaya Lucaria Und wie ihr seht Da liegt was großes Die Frage ist Die Frage ist wie Wie will ich den jetzt hinbegehen? Kann ich mich vielleicht anschleichen Oder dass er aufwacht Dann will ich schon mal eine Spirit Ash rein kriegen Kann ich mal das Worten von Skuss und der Graziers Und ich werde wahrscheinlich sterben Kann ich mich dann möglichst nicht anschleichen an dem Boy Schottet mich an! Ich werde in einer Siedem Sterb ich Kann das eben sein Oh, okay Ich hab was, ich hab was Schreit doch Schreit doch Schreit doch Schreit doch Schreit doch Ich hab's Schreit doch 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 Hier ist die Grace und wir können die Akademie öffnen, Examine Seal, wir können durch, wir haben den Glintstone Kick. Junior of the Lakes. Gut. Wo sind die hier oben? In der Akademie. Erstmal ein Aufzug, okay. Aufzüge sind ja mein Todfeind hier in Elden Ring. Generell, Höhen sind mein Todfeind. Ich bin so oft runtergefallen. Da oben schon ein paar Wizards. Ich hab einfach kurz in der Burger King Masken, da ist alles gegeben. Okay, das ist alles sehr viel. Oh nein, ich bewegt gar nicht. Das lässt sich cursed aus. Ich bewegt gar nicht. Nee, auch nicht. Bin ich nicht jetzt gelendet? Da vorne steht ein Hut. Das sind Zombies. Das sind Zombies. Das gefällt mir nicht. Runter mit dir. Ja. Okay, Zombies sind richtig tanky. Zombies sind richtig tanky. Ich hab nicht das irgendwie hier wieder in Ruhe hole. All die krassen Gegner von da oben hier runterziehen. Ich beschwere mich absolut nicht. Bin ziemlich zufrieden damit, dass ich die jetzt so nehmen konnte. Ansonsten nicht, damit ich mich jetzt hier fünf Runden rumschlagen müssen. Und doch auch den allen. ich bin jetzt ziemlich zufrieden damit ich jetzt hier bin bin ich denn jetzt gelandet jetzt schon drauf so ob man da kurz hoch aber wo kann ich abspringen wir gehen gleich wieder runter das ist noch zu krass hier ist eine grace nice hallo no don't do it wir machen damit die menschen machen damage ich kenne eure schwächen nerds konfrontation darüber könnte nichts in einem buch lesen was oh nein als hätte es gewusst als ob das gewusst hatte er wusste es einfach die topmama wusste es einfach die vier machen mächtig der menschen die vier machen so viel der mensch wenn ich nach aussehen die machen viel schaden dann können wir uns kurz um die magier ich will das dem und er ist am nächsten dran ich will kein mit dem buch überziehen so noch mehr für sich da ist noch einer hier ist noch einer nein nein lässt du es bleiben wollen ist so viel weniger wenn ich nicht diese taulie drauf habe das flug wenig wenig da ist noch einer oben oh nein ein bürger king kroner ist ja Pfff NAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nice BONG Uwe Wir haben keinen Schrank verbraucht. Wichtig! Boss-Time! Der Red Wolf von Radaghan! Nein! Lass mich bitte weg! Das ist wirklich nicht klein! Na! Ich hab mich gesehen! Kann ich die Homepage hier ausmachen? Hier ist nicht, dass ich da bin! Wir sind klug, das habe ich gesagt! Wir haben Kaira, Alter! Einfach Out-Mind-Gamers! Ich bin einfach besser! Okay, wir machen jetzt das! Ich hab meine Rune wieder an! Lass mich meine Rune ab! Lass mich meine Rune ab! Ich hab meine Rune! Ist okay! Ich hab meine Rune! And another one! Ich bin bemerklich! Ich weiß nichts! Wir wissen sowas von wassachen! Wir wissen sowas von Sachen! Ich bin wieder in die Kernau! Mann! Wir sind eigentlich wieder aufgefühlen! Ach, ich versuch's nochmal! Was ist so cool?! Was ist der Vierstehende? Ich schau's nicht. Ich bin noch bei uns. Ich bin noch bei uns. Ich bin noch bei uns. So ein Audienz da, ihr bildet uns so, hä? Wieso applaudiert mich, dass ich gerade dem Typen einem da aufs Gesicht gegeben habe? Da hab ich uns gedacht, ja, es ist gut. Nein, 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 nein. Und, hüpft, gleich. Ja, let's go. Cheers. Cool. Gut. Dann machen wir weiter mal. Wait. Oh, das sind Schindbrüte. Nee, da ist kein Schlüssel, ein bisschen Krabben. Melli, Melli, Melli. Obdachlose. Join. Ihr seht nämlich unten, der ist ein Weg, und wenn man sich umguckt, sieht man, dass da ein Klinger Pfad ist, der lang führt. Aber auch nur so ganz, ganz mal. Deshalb muss man politisch sein, aber hier kann man gut drauf landen. Und schon, sind wir hier drüben. Das war, Latsch. Spawn da oben, war doch einfach, ne? So ist das Ding. 1,5,5,5. Deswegen wollte ich eigentlich meine Schilden, die wir in der Hand behalten. Glauben, wie habe ich meine Schilden genommen, das ist dumm für mich gewesen. Äh... Ich habe mir nichts Kugel gefunden, Alter. Wollte eigentlich nicht so eine Kugel krachen. So, meine Uhr habe ich wieder und da ist er. Jetzt habe ich mein Schild. Kann ich nicht parrien. Nice. Der hat mich geparriert. Okay. Parrien. Äh, ein Big Boy sollte man. Bist du auf? Das könnte Baby machen, ist auch nur ich. Nein, hör auf. Hör auf. Hör auf. Oh! Hm. Oh! Eww! So, dann. Cut scene time. Let's go. Ganada. Komm her. What do you mean by that? doch kann ich halt ziehen abschließend wechsel das ist cool gemacht warte aber das ist gut oh katz hier ach gott der was ich erinnere mich um excuse me what the actual f- wenn ich den Charakter so anschaut was ist das denn ich werde bald ein neues ein süßes ein süßes und süßes aha ich will nicht lesen lass mich infrieden ich muss sie einmal noch einmal an action ihre aura da haben und dann fällt sie runter fällt sie jetzt schon oh mein gott nein noch fällt sie nicht jetzt fällt sie ja jetzt fällt sie sie ist sehr anfällig für heavy damage tatsächlich äh für melee sie ist sehr anfällig für die um die ich habe auf auf hier 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 ich hier ja ja ich hab schon viele Leute da ist der wasser die Bücher beim Chassel ist einfach so ein Magie-Base-Kampf die sind auch kein Damage an ich sag ja mach dich einfach gar nicht wo ist noch der Nächste ich weiß was das jetzt ich hoffe einfach lass uns mal testen lass uns mal testen mach der Feuerwehr dann Damage hm kaum jetzt füllst du runter warum kriege ich wieder meine meine Ash hier ich mach doch mehr Damage wenn ich das drauf mache warum mach ich das denn nicht ich bin doch dumm man guck mal ich mach schon wieder mehr Damage ja 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 ähm ähm was war in dem Ei was war in diesem Ei ähm ja 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 das ist schon eindrucksvoll gemacht wenn ich besiegt ist ist es einfach nur ein von Rani der Hexe da ausgemacht ja 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 jetzt hab ich sie ge-first-striped hier obwohl die Phase eigentlich echt unangenehm ist, nicht die dass das mal der first stripe Aber dieses Mal wird das, glaube ich nicht, ja, nicht mehr, ich bin tot. Damn, okay, nice. Also, ich bewundere dich für deine Geduld. Ja gut, sie ist so, 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 so... Ich hab mich drauf gefallen. Dafür kriegst du eine Stelle. Einfach auf mich gefallenes Kind. Man sagt, ich fahre aus, hört dich aus, heitere Himmel. Nein, 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 nein Nein, 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 oh mein Gott, nein! Okay, wir sehen was, wir gehen kurz zum Roundtable und graben unser Schwert kurz ab. Der war meint, der Eltenbrink ist einfach gecrashed. Ist einfach kaputt gegangen. wo krieg ich denn das her death touched catacombs und storm hill limgrave wo sind die wo master check da gehen kurz nach oben auf den weg und dann vom weg aus da nach rechts da ist da irgendwann der dungeon gut dann auf auf gehen wir kurz nach oben dann folgen wir den weg das ist das ist nie passiert okay also einfach was da draufkloppen versache das 5 und 6 kommen sie sparen aber ganz kurz erst weg das ist unruhigend ich will nicht an einem blatt an der schrift es legt es legt es legt es legt oh gott heilen der laser okay 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 kann man mir anmerken dass ich gerade panik bekommen habe oh mein gott physikus regnet was macht sie da warum kann sie das wieso kann sie das warte einfach aus ich warte einfach aus ich denke schon wieder alles hängt mit mir da 1 2 3 4 5 und 6 nein ja 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 Ich habe Zeit, um dich zu reden. Moon! Die Erinnerung der Full Moon Queen und die Gräserung der Unborn. Halleluja, ich bin der Boss, ich brauche sowas. Was hast du zu sagen? Wau, ist es dein Wunsch, zu geboren? Äh, nein, ich bin's nicht der Wunsch, wie ich bin. Jetzt erst recht nicht, wenn wir die werden, jetzt erst recht nicht. Jetzt erst recht nicht.